Hallo, lieber Skorpion und willkommen zu deinem persönlichen Monatsorakel für den Monat März 2021. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich und ich hoffe natürlich auch, dass es dir gut geht. Und falls du ganz neu bist auf meinem Kanal, lieber Skorpion, dann heiße ich auch dich ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, du siehst jetzt vor dir drei Tarotkarten und diese Tarotkarten geben dir einen groben Einblick in den Monat März. Das ist das, was auf dich zukommt. Damit bekommst du Ziton, das sind die Hauptenergien. Und ich werde dann noch ein paar Karten für dich dazu ziehen, damit du eben noch nähere Hinweise bekommst. Vielleicht auch Ratschläge und wie auch immer. Lass dich einfach mal überraschen. So, und an dieser Stelle sage ich natürlich auch, so wie immer eigentlich, denk bitte daran, dass es ein allgemeines Orakel ist und nicht auf jeden zutreffen kann. Ja, du wirst es schon wissen, wenn es deins ist oder wenn es das nicht ist. Falls du dann feststellst, es ist nichts eingetroffen, es war auch überhaupt nicht stimmig und so weiter und so fort, dann schau doch, wenn du das möchtest, was dein Mondzeichen ist, beziehungsweise was dein Aszendent ist. Vielleicht ist da etwas für dich dabei, was dann eben passt. Und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz etwas sagen. Und das, was ich dir jetzt hier gleich sozusagen voraussagen werde, beziehungsweise was jetzt hier gleich rauskommt in dem Monatsorakel für März, das ist eben das Resultat dessen, in Bezug auf das, wie es dir jetzt eben gerade geht. Weil im Hier und Jetzt gerade kreierst du sozusagen deine Zukunft. Ja, also dieses Orakel basiert auf deine jetzige Energie. Ja, das Gute ist, wenn dir das nicht gefällt, was du jetzt hier gerade siehst, oder was du noch sehen wirst, was er gesagt, dann hast du die Möglichkeit, das jederzeit zu ändern, weil du allein bist Schöpfer deines Lebens, du allein entscheidest darüber. Und ob das Ganze jetzt nun eintrifft oder nicht, das liegt eben auch an dir. Wenn du zum Beispiel etwas ganz anderes machst, von dem, was das Orakel sagt, dann kann das jetzt zum Beispiel eben nicht zu deinem gewünschten Ergebnis unbedingt kommen, wenn es da jetzt etwas Bestimmtes jetzt erforderlich ist, einen bestimmten Schritt zu unternehmen oder sonst irgendwas. Also ich würde damit sagen, nichts ist in Stein gemeißert. Alles ist wandelbar und somit auch veränderbar. Und genau, das ist eben nochmal das, was ich damit sagen möchte. Alles, du kannst dich jederzeit nur entscheiden und somit kann sich dann eben auch das Blatt sozusagen für dich wenden. Ja, genau. Soviel erstmal dazu. Und ich würde dir sagen, lieber Skorpion, wir fangen an mit deinem Orakel. Ich beginne jetzt mit deiner ersten Karte, lieber Skorpion. Und da hast du die Kraft. Das ist natürlich die geballte Leidenschaft. Die geballte Leidenschaft und Lebendigkeit und Vitalität, lieber Löwe. Liebe Löwe, sage ich schon. Also das ist ja hier Löwe-Energie, ganz krass. Weil die Karte Kraft steht ja auch für das Sternzeichen Löwe. Also ich habe hier wirklich den Eindruck, lieber Skorpion, du wirst jetzt hier sehr, sehr leidenschaftlich und dich sehr lebendig fühlen im Monat. Monat, März. Also ich spüre auch richtig, dass da eine gewisse Hitze da ist. Also sehr viel Leidenschaft, sehr viel Hitze. Also was es damit auf sich hat, das werden wir dann noch in den kommenden Karten sehen. Auf jeden Fall spüre ich bei dir wirklich bis jetzt schon, also ich habe das auch beim Mischen vorhin gemerkt, also sehr viel Hitze. Egal, mal gucken, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Also im Moment sehe ich das mehr so als wirklich geballte Leidenschaft. Aber ich würde sagen, wir gucken mal weiter. Ja, da hast du jetzt hier die Acht der Stäbe. Und die Acht der Stäbe stehen natürlich dafür, dass wieder Schwung in irgendeine Sache reinkommt. Vielleicht wieder Schwung in eine Beziehung sozusagen. Ja, das kann natürlich auch sein. Falls du jetzt vergeben bist mit jemandem, da kommt dann auch wieder Bewegung rein. Vielleicht ist es sogar aber auch so, dass du einen Wunschpartner hast. Ich bin mit solchen Äußerungen wirklich, wirklich vorsichtig. Und ich mache ja jetzt auch nicht mehr oder gar keine Liebesorakel mehr wirklich. Aber die Karten zeigen nur mal das, was es eben ist. Und ich könnte jetzt auch nur das sagen, was ich eben auch wirklich fühle. Und da bin ich eben halt auch ehrlich. Also ich habe den Eindruck, dass es zwischen dir und einer anderen Person, dass da wirklich wieder, dass da neuer Schwung reinkommt und dass da wirklich sehr viel Leidenschaft mit dabei ist. Man sieht ja hier zweimal die Nummer 8. Und die Nummer 8 steht eigentlich auch immer dafür, dass alles eben genauso ist, wie es jetzt im Moment sein soll. Ja, aber die Nummer 8 steht auch für Füller. Ja, also für viel, für Füller sozusagen. Gucken wir uns jetzt mal noch die dritte Karte an. Und da hast du jetzt hier die 9 der Schwerter. Okay. Okay, die 9 Schwerter, die stehen eigentlich immer so ein bisschen dafür, dass man sich jetzt hier Sorgen macht. Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass du jemanden hast an deiner Seite. Du wünschst dir wahrscheinlich von dieser Person eventuell mehr. Ja. Wahrscheinlich ist es so, dass du dir wegen dieser Angelegenheit auch Gedanken machst. Ja. Jetzt ist auch eine Karte rausgefallen. Nordknoten mit Schicksal. Ja, das ist, hier geht es um schicksalshafte Ereignisse definitiv. Es geht aber auch um das Thema Erfüllung. Aber die Karte nehme ich nochmal ganz kurz zurück. Ich möchte jetzt nämlich nochmal näher auf das hier eingehen. Ich habe das Gefühl, dass du dir wegen irgendetwas Gedanken machst. Vielleicht kommt aber auch eine Nachricht rein, die nicht unbedingt das ist, was du dir erhofft hast. Ja, weil die 8 der Schwerter, 8 der Schwerter, die 8 der Stäbe stehen eigentlich auch immer für Nachrichten. Oder nicht immer, aber manchmal. Sie können für Neuigkeiten stehen, dafür, dass nun Bewegung in eine Situation reinkommt. Also für Nachrichten sozusagen. Und ich habe hier das Gefühl, vielleicht ist es aber auch so, dass du dir irgendwie erhoffst, etwas von dieser anderen Person zu hören. Vielleicht ist es sogar so, erst kommt das, nicht nur vielleicht, das ist auch so, erst kommt wirklich die Leidenschaft, erst kommt hier sozusagen wirklich wieder Schwung rein in eure, in dieser Geschichte zwischen euch beide. Aber dann kommt hier das wieder. Weil die 9 der Schwerter stehen manchmal auch für Reue und Gewissensbisser. Vielleicht wirst du dann irgendetwas tun, was du hinterher bereust. Vielleicht lässt du dich wirklich auf jemanden ein, was du hinterher bereuen könntest. Also vielleicht tust du da sogar etwas, wo du nicht wirklich drüber nachgedacht hast, lieber Skorpion. Ich würde sagen, wir gucken aber erst mal weiter. Da hast du jetzt hier Mond mit Gefühlen. Okay. Ich glaube, das ist nicht nur bei den 9 der Schwerter, das ist eigentlich auch immer so eine Gedankensache, aber ich glaube, das ist schon ein Stück weit tiefgehender. Hier geht es wirklich um die Gefühle sozusagen. Also hier wird gesagt, du musst, bevor du dich auf irgendetwas einlässt, lieber Skorpion, höre unbedingt auf dein Gefühl. Ja, bevor du irgendetwas tust, dich auf irgendjemanden einlässt, was du hinterher eventuell bereuen könntest. Also weil der Mond steht natürlich auch für den Instinkt, für dein Bauchgefühl sozusagen. Und deswegen ist es da auch wichtig, dass du da unbedingt auf dein Bauchgefühl hörst und nichts tust, was du hinterher bereuen könntest. So, dann hast du hier Stier. Vielleicht ist die andere Person ein Stier, das kann jetzt zum Beispiel sein. Aber ich habe das Gefühl, hier geht es um irgendeine Person, die wahnsinnig attraktiv ist. Vielleicht ist es so, entweder bist du die Person, die wirklich sehr, sehr im Monat März verführerisch sein könnte, aber ich glaube, es geht ja noch um eine andere Person. Ja, vielleicht ein Krebs oder vielleicht auch ein anderes Feuerzeichen, vielleicht auch ein Löwe oder sogar ein Stier, das bekomme ich rein. auf jeden Fall glaube ich schon, dass diese andere Person optisch gesehen definitiv eine Bombe ist, weil hier steht ja wirklich Bombe. Und hier haben wir die Hitzigkeit, die Gebeideleitung, Leidenschaft, die hohe Anziehungskraft, das ist genau das, was ich vorhin gefühlt habe. Und pass bitte auf, dass du dich davon nicht irgendwie verführen lässt. Ja, also, oder beziehungsweise, du könntest dazu neigen, dich da von dieser Person verführen zu lassen, weil wir haben ja hier wirklich, weil Stier steht natürlich auch für das Schöne. Venus herrscht über Stier und Venus steht für die Schönheit wirklich, für die Anziehungskraft, für die Liebe. Also Liebe in dem Sinne, aber auch für diese Verführung auch. Das ist eben das, was hier auch ganz, ganz stark damit gemeint ist. Also bevor du irgendetwas tust, höre bitte unbedingt auf dein Bauchgefühl, weil ich bekomme das hier wirklich so rein, gerade mit den Neunterschwertern, dass du da irgendetwas tust, was du bereuen könntest. Ja. Okay. Gucken wir weiter, lieber Skorpion. Die ist auf jeden Fall. Eine möchte ich ganz gern noch. Entschuldigung, falls ich gerade gewackelt haben sollte. So, Skorpion, März. Danke. Was haben wir denn hier Schönes? Da hast du hier einmal den Turm. Der Turm ist so ein bisschen, ja, der Rückzug, ne? Also es könnte sein, dass es wirklich hier zu einer abenteuerlichen Geschichte wird, in Klammern 6. Ne? Das ist eigentlich das, was ich damit meine. Es könnte wirklich sein, dass es hier zu einer, ja, schönen Nacht kommen könnte, aber hinterher könnte es passieren, dass diese andere Person sich wieder zurückzieht. Und dann bist du auf einmal wieder traurig, weil der Mond steht auch für die Gefühle und für diese Sensitivität und für die Melancholie, ja. Also es könnte wirklich sein, dass du dann hinterher wirklich wieder sozusagen traurig sein könntest, aber ich bekomme bei einigen von euch eben auch rein, das ist so dieser, da ist es wichtig, dass du da erstmal in den Beobachtungsmodus gehst, ja, weil wir haben hier den Turm und der Turm ist ja schon ein bisschen höher ausgelegt und da habe ich wirklich den Eindruck, du kannst von oben aus alles andere um dich herum sozusagen betrachten, du siehst, was da rundherum geschieht und ich glaube, das könnte ebenfalls damit gemeint sein, dass du wirklich erstmal wirklich in diese Beobachtungsposition hineingehst und erstmal guckst, ja, und erstmal schaust, wie ist der andere so drauf, wohin führt das Ganze und so weiter und so fort, ne. Okay, gucken wir weiter, der Turm steht eigentlich auch immer für Trennung, aber da wüsste ich jetzt noch nicht, in welchen Zusammenhang, es könnte natürlich passieren, dass, dass es plötzlich zu einer Trennung kommen könnte, aber das spüre ich noch nicht wirklich. Gucken wir weiter, das Herz, hm, naja, haben wir definitiv Gefühle, also hier sind wirklich sehr, jetzt komm her, hier sind wirklich stärkere Gefühle vorhanden, ne, hier geht es wahrscheinlich, wahrscheinlich bist du auch in diese andere Person verliebt und, ähm, ja, das kann wirklich sein, also du bist wirklich von dieser Person hin und weg, kann man sagen, ja, du bist wirklich Feuer und Flamme und das ist genau das, was ich vorhin eben auch gespürt habe, ne, diese Hitzigkeit, diese Gebelleladung, Leidenschaft auch, ja, und dieses entflammte Herz bekomme ich hier wirklich rein, so ein Herz, was im Flammen ist, so, weißt du, wie ich das meine? Ich glaube schon und das ist eben genau das, was ich damit meine, ja, aber ich bekomme ja irgendwie auch rein, es könnte wahrscheinlich auch nur ein Strohfeuer sein, eventuell, weil ich habe noch nicht irgendwie, dass das jetzt irgendwie was Festes ist, weil für mich ist das noch alles sehr, sehr, nicht wirklich stabil, ja, also es ist noch nichts, ähm, Festes oder, nichts, was jetzt irgendwie potenziell auf eine Partnerschaft hätte, ja, also man sieht ja hier auch wirklich sozusagen, die Neuen der Schwerter, du könntest dich auf diese Person einlassen, es kommt plötzlich und unvorwahrscheinlich Nachrichten von dieser Person, dann lässt du dich auf ihn ein, hinterher könntest du es bereuen, dich in den Arsch beißen, weil du dich darauf eingelassen hast und, aber dein Instinkt hat es dir aber eigentlich auch gesagt, ne, aber du hast dich hier von dieser gut aussingenden Person sozusagen hinreißen lassen, das ist das, was ich hier wirklich fühle, ja, okay, aber dadurch, dass es ja eben auch ein allgemeines Orakel ist, muss man hier wirklich mehrere Szenarien ansprechen, ne, und nicht nur eins. Okay, wir schauen weiter, lieber Skorpion, für dich. Also entweder, bei einigen von euch ist es wirklich so, ihr seid hier wirklich im Beobachtungsmodus und schaut, wohin das Ganze führt, damit du euch nicht irgendwie verführen lässt, oder aber es ist wirklich so, naja, hinterher ist man dann, naja, nicht ganz so glücklich, wie das Ganze dann doch verlaufen ist, ne, also es könnte dann wieder sein, dass er ein Gegenüber bekommen hat, was er möchte und dann sich dann wieder zurückzieht. Das könnte hier ebenfalls der Fall sein. Gucken wir weiter, lieber Skorpion. So, wir schauen mal, okay, du hast drei Karten, da tun wir die jetzt mal hier hoch, da hast du erstens choose wisely, also hier geht es darum, wähle weise, das ist genau das, was dir hier gesagt wird, also das ist jetzt eigentlich schon so ein kleiner Weckruf an dich, lieber Skorpion, dass du jetzt wirklich ganz, ganz weise entscheiden sollst und dass du wirklich auf deine Gefühle vertraust, auf deine wahren Gefühle und nicht auf deine Leidenschaft, sag ich mal, ja, ich meine, ja, diese Person sieht wahrscheinlich wahnsinnig gut aus, aber das heißt nicht, dass diese auch etwas für langfristig ist für dich, ne, und, naja, du weißt schon, gell, also hier wird wirklich gesagt, wähle definitiv weise und im traditionellen Tarot sind das hier die sieben der Kelche und diese stehen für Illusionen, Luftschlosser, lieber Skorpion, pass bitte auf, dass du dir nichts Falsches weiterhobst, weil wir haben ja hier auch irgendwo die Verliebtheit, ne, die tiefen Gefühle und so weiter, aber lass dich bitte nicht nur von dem Aussehen hinreisen, sag ich mal, ne, dann hast du hier Heart Touch and Loss, das ist Herzschmerz und Verlust, okay, das ist hier definitiv, ja, Kummer, Kummer, Herzschmerz, Verlust und hier haben wir nämlich das auch wieder, was ich vorhin schon gesagt habe, dass der Turm eben auch für Trennung steht, also es könnte passieren, dass diese Person sich danach, nachdem es da hier geknistert hat, sich plötzlich entweder zurückzieht oder sich ganz und gar trennt, sozusagen, ja, also wie gesagt, ich bin absolut ehrlich, ja, also das ist wirklich das, was ich dir sagen kann, auf jeden Fall, also ich bin, ich werde nichts irgendwie schönreden und sagen, ach, da kommt es schon wieder und so weiter und so fort, nein, sag ich dir ganz ehrlich, ne, also nicht bei dem, wie es hier so aussieht, also ich bin hier absolut ehrlich, also du kannst du von mir definitiv erwarten, so, gucken wir weiter, dann hast du hier Power, Löweenergie, das ist, und das ist hier die Kraft und du hast sie hier auch schon wieder, also ich habe auch das Gefühl, dass diese Situation dich auch stärker machen wird, ja, das ist jetzt für mich eine andere Bedeutung als die von vorhin, hier hatten wir ja wirklich gespürt, das ist die Hitzigkeit, die Leidenschaft und so weiter, ne, aber hier spüre ich wirklich, das ist jetzt wirklich die Kraft, in die du kommst, nach dieser Situation hier, ja, vielleicht ist das Ganze auch erst passiert und im Monat März ist es dann wirklich so, dass du dann wirklich sozusagen auch wieder in deine Kraft kommst, ja, aber vor allem, es kann wirklich sein, dass das erst passiert ist oder jetzt gerade passiert, dass sich jemand, ja, sozusagen zum Mond geschossen hat, wenn ich so sagen muss, Mond wortwörtlich, dass sich jemand hier, dass jemand den Kontakt zu dir abgebrochen hat oder wie auch immer, aber ich habe den Eindruck, im Laufe des Märzes kommst du hier wieder in deine Kraft, du ziehst dich hier zurück, arbeitest an deiner Heilung oder heilst von dem Herzschmerz und so weiter, lieber Skorpion und dann transformierst du dich wirklich zu einer absoluten Bombe, ja, wir haben hier Stier und Stier ist wirklich, wie gesagt, ich zeige dir mal die Karte, Stier ist ja wirklich die Schönheit, das ist ja wirklich das, was damit gemeint ist, ne, diese Schönheit, diese, ja, Augenweide, kann man sagen und ich glaube, dahin kannst du dich dann wirklich definitiv entwickeln, nachdem du das alles überwunden hast und das, das wird dir definitiv auch gelingen, lieber Skorpion, ne, okay, jetzt kommen wir mal zu deinem letzten Deck, bevor ich jetzt zu den Würfeln noch komme, ja, wie gesagt, also, es ist wichtig, dass du jetzt wirklich weise entscheidest, ob du dich jetzt wirklich nochmal auf diese Person einlässt, vielleicht ist es wirklich so gewesen, dass diese Person dich immer und immer wieder, ähm, ja, dass sie dich immer und immer wieder sitzen gelassen hat, irgendwelche Verabredungen nicht eingehalten, meldet sich nicht mehr und, ja, also, diese Person hat sich dann damit zufrieden gegeben, dass er endlich das bekommen hat, was er wollte, ja, und dann war wieder gut, da konnte er sich wieder zurückziehen, bis er dann eben wieder Bock hat auf dich, ne, und da ist es jetzt wirklich wichtig, lieber Skorpion, dass du einfach mal guckst, willst du das jetzt wirklich wieder, weil du hast es ja schon mal so gemacht und jetzt geht es darum, dass du bitte weise wählen sollst, ja, okay, weil, ich sage es jetzt auch ganz ehrlich so, wie es ist, du könntest dazu neigen, dich wieder dazu hinreißen lassen, ja, hinreißen zu lassen, wie auch immer, also, du könntest wirklich dazu neigen, schwach zu werden bei dieser Person und hinterher denkst du, oh Gott, warum habe ich das gemacht, was dann wieder zu erneuten Kummer führt, ja, also Skorpion, du bist gewarnt, du weißt jetzt Bescheid, ja, was du daraus machst, ist jetzt an dir, aber gucken wir mal jetzt mal mit den letzten Karten deck, was jetzt hier noch so kommt, Sorge für dich selbst, na aha, das passt doch, ich zeig sie dir mal, Mutter Maria, Sorge für dich selbst, genau, das ist jetzt hier wichtig, dass du wieder in deine Kraft kommst, in dein Selbstvertrauen, ja, weil ihr Skorpione, also du Skorpion, du bist ja, ich rede jetzt Skorpione allgemein, vom Sternzeichen, ihr seid ja wirklich sehr, sehr leidenschaftlich, ne, also Skorpione sind für mich auch sehr, sehr selbstbewusst, und wenn die in den Raum betreten, die werden erst, also ihr werdet definitiv erstmal wirklich beachtet, man sieht euch, ja, und deswegen, also da ist es jetzt wirklich wichtig, dass du wieder in deiner Kraft kommst, indem du einfach mal anfängst, jetzt wieder für dich selbst zu sorgen, in dem Sinne, dass du lernst, ja, dass du endlich davon heilst, und da auch endlich mal loslässt, sozusagen, lieber Skorpion, ne, gucken wir jetzt noch die letzte Karte für dich, für den März, okay, es sind jetzt noch zwei gefallen, von mir aus, die eine ist aber runtergefallen, und diese muss ich mal eben aufheben, so, okay, ein bisschen gerade rücken wieder das Ganze, da hast du nämlich jetzt hier Fruchtbarkeit, ich habe das Gefühl, folgendes, es muss nicht auf jeden von euch zutreffen, und ich bin wahnsinnig vorsichtig bei solchen Äußerungen, aber es könnte dann durchaus sein, dass der ein oder andere von euch dann dadurch, eventuell durch dieses Abenteuer, schwanger werden könnte, also da vielleicht ein bisschen aufpassen, bitte verhüten, ja, das könnte jetzt einmal, also falls du kein Kind möchtest, mit dieser Person, mit der du nicht zusammen bist, dann bitte verhüten, aber das wirst du selber wissen, aber man sieht ja eben auch Fruchtbarkeit, und ich habe mit dieser Karte eben auch das Gefühl, nicht nur Schwangerschaft, bei einigen von euch, wie gesagt, es kann sein, muss jetzt aber nicht unbedingt, ja, aber hier sieht man eben auch Fruchtbarkeit, dass die Zeit nun wirklich reif ist, dass du daraus lernst, ja, die Zeit ist reif, dass du jetzt wirklich, wieder in deine Kraft kommen sollst, letzte Karte, künstlerischer Ausdruck, ich glaube, das ist jetzt wirklich auch wichtig für dich, jetzt ein Hinweis für dich, lieber Skorpion, dass du dich mehr um dich kümmerst, mehr deiner Kreativität, dich mehr deiner Kreativität widmest, und dem, was dir jetzt eigentlich wirklich am Herzen liegt, einfach deinen Hobbys auch mal wieder widmest, weil Löwe, wir hatten ja hier zweimal die Löwe-Energie, Löwe steht eben auch für Spaß, für Hobbys, ja, also ich glaube, dass das eben auch, jetzt wichtig werden wird für dich im Monat März, ja, nachdem du da diesen ganzen, diesen, ja, diesen Herzschmerz da hattest, und das durchmachen musstest, ich glaube, das wird dir auch gut tun, ja, okay, so, jetzt noch deine Würfel, Liebeskorpion, da gucken wir mal, was da jetzt noch so kommt, für den März, oder im März, besser gesagt, so, das erste Haus, Jungfrau und Saturn, okay, das erste Haus, da geht es um dich, und das ist wirklich deine Identität, deine Persönlichkeit, ja, deine Identität wirklich, das ist Körper, Geist, Seele, steht für das erste Haus, ne, und hier haben wir ja, Sorge für dich selbst, ich glaube, das wird im März jetzt wichtig werden für dich, dass du jetzt einfach wieder, dich mal um dich kümmerst, dich mehr, ja, dich einfach mehr, dich selbst mehr vermitteln, gewöhnst sozusagen, indem du dich einfach, wirklich dem widmest, was dir jetzt wirklich am Herzen liegt, deiner künstlerischen, dass du dich deiner künstlerischen Seite wieder zuwendest, ja, und hier haben wir Saturn, Saturn ist ja wirklich derjenige, der steht, der steht immer so ein bisschen für Schwierigkeit, und Herausforderung, ne, aber vor allem ist es aber auch jemand, jemand vor allem, es ist ein Planet, der steht für Tests, und für Prüfungen, also Saturn ist aber auch der Prüfer, lieber Skorpion, und du wirst jetzt hier geprüft, du wirst hier geprüft, wählst du ab sofort weiser, oder lässt du dich wieder dazu hinreisen, ja, das ist jetzt für dich ein wichtiger, eine wichtige Zeit, ja, und hier haben wir Jungfrauen, es kann also sein, dass eine andere Person jetzt hier Jungfrau ist, ja, also dein Gegenüber eventuell, aber ansonsten steht Jungfrauen natürlich auch für das Thema Gesundheit, Vitalität, ähm, für Wellness, also ich glaube hier gerade mit Sorge für dich selbst, es würde dir gut tun, wenn du dir wieder ein bisschen mehr Wellness gehst, okay, es ist schwierig wegen Corona, wo soll man da hingehen zum Wellness, aber, ich meine damit, Wellness, in dem du, ja, einfach dir selbst einfach mal Gutes tust, vielleicht gehst du mal zur Massage, oder, nimmst du ein Meersalzbad, Wellness ist für mich ja auch immer so ein Spitzergang in der Natur, oder am Meer, am See, wo auch immer du gerade wohnst, ähm, das ist einfach das, was jetzt hier damit gemeint ist, sorge mehr für dich, und schaffe, und sorge für Routinen, oder schaffe dir neue, ja, gewöhnte neue Routinen an, weil, ja, Skorpion sage ich schon, ähm, Jungfrau steht auch für Routinen, also hier geht es jetzt wirklich darum, dass du vielleicht auch mal guckst, dass du dir neue Routinen angewöhnst, zum Beispiel eine Morgenroutine, weil man sagt ja auch, so wie man den Tag beginnt, so wird dann der ganze Tag eben auch werden, na, und das ist dann, glaube ich, für dich jetzt nochmal, sehr, sehr wichtig, dass du jetzt einfach mehr, für mal positive Titen in deinem Leben sorgst, ne, so lieber Skorpion, das war dein Orakel, und ich werde dir jetzt noch die Karten vorstellen, die ich benutzt habe, ich habe benutzt, das ist das Leitzias Tarot, dann habe ich verwendet, das ist das Veritas Ivernia Lennement, dann ist das ein Astro Deck, das ist das Numinus, sage ich jetzt ganz einfach mal, ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber das ist das, so, dann habe ich benutzt, das ist das, ähm, Sagic Tarot, for the heart, so, dann habe ich benutzt, kleinen Moment, ich möchte die Karten holen, beziehungsweise das Bekleidbuch, das ist, ähm, das Orakel der aufgestiegenen Meister, so, ich glaube, ich habe jetzt alle erwähnt, ja, das habe ich, so, lieber Skorpion, ich wünsche dir einen wunderschönen Monat März, und sage bis zum nächsten Mal, lass es dir gut gehen, Tschüss!